Bist du bereit? Ja. Ready? Ready. Läuft? Läuft. Was ich euch sagen wollte ist, ich spiele noch vier Termine dieses Jahr, 2012. Einmal 21. Dezember in Duisburg in Babazou. Dann Samstag, den 22. in Leipzig im Club 2G. Dann Heiligabend 24. Dezember in Krefeld in Meilenstein. Und am 25. ersten Weihnachtstag im Ufer 8 in Düsseldorf. Was ich noch hoffe ist, dass ich euch Anfang nächsten Jahres hoffentlich etwas von meiner Musik zeigen kann. Und ja, ich bin gerade an einem Song dabei, den zeige ich euch jetzt kurz, was ich so gemacht habe. Daraus ist dann das hier geworden. Dann... ... 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 Ja, das ist der Song, aber er ist noch nicht ganz fertig. Bis zum nächsten Mal.